Die Elektrodenklinetik kann man mithilfe der Buddler-Follmer-Gleichung und der taflischen Auswertung diskutieren. Wir haben hier den katholischen Bereich der Stromspannungskennlinie einer Elektrode mit entsprechenden Potentialen und Stromdichten. Derartige Daten kann man mit der bekannten drei Elektroden anordnen. E2 ist die Messelektrode, zum Beispiel Platin, E1 ist die Gegenelektrode und E3 ist die Referenzelektrode. Unser Redoxsystem befindet sich hier in diesem Gefäß. Zur Anwendung der etablerischen Gleichung müssen wir zunächst die Potentiale in Überspannung umrechnen. Wir müssen dazu von jedem Potentialwert phi den Gleichgewichtspotentialwert E abziehen. Der Gleichgewichtspotentialwert ist das Potential, bei dem kein Strom fließt, also E gleich 0. Aus der Potentialskala von 400 bis 150 wird dann die Überspannungsskala von 0 bis minus 250. So, dann müssen wir die Stromdichten logarithmieren. Wir erhalten dann die Ausgangswertepaare für unsere tafelsche Auftragung. Die tafelsche Auftragung LNI über Eta ergibt bei nicht allzu kleinen Überspannungen an lineare Kurve, Die tafelsche Auftragung LNI über Eta ergibt bei nicht allzu kleinen Überspannungen eine Gerade. Aus der Steigung der Gerade können wir den Durchtrittsfaktor Alpha ermitteln. Der Achsenabschliedergerade entspricht dem Logarithmus der Austauschstromdichte. Wir erhalten einen Durchtrittsfaktor von 0,58 und eine Austauschstromdichte von E hoch 1,5756, also 4,83 mA pro Quadratzentimeter. Wir erhalten einen Durchtrittsfaktor von 1,575, also 4,83 mA pro Quadratzentimeter. Wir erhalten einen Durchtrittsfaktor von 1,575, also 4,83 mA pro Quadratzentimeter.